Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars und diese Map kennen wir schon, aber das ist egal. Mit mir, Tobi und Flori. Der Tobi schreibt erstmal, dass unser Teampartner in der Aufnahme ist. Der heißt Lord Flocke. 99, natürlich. Wir müssen so schnell wie möglich... Hey! Ciao Tobi! Ich diesen Back hasse, dass durch den Server-Lag... Das ist wirklich durch den Server-Lag, dass die Blöcke dann quasi so unter einem... Äh... Haben wir ne Kiste? Ich baue mal eben schnell ne Kiste, ne? Ne Kiste? Oh ja, ja, wer baut in die Mitte? Ah, Torben. Torben ist der Retter in der Not. Ja, ich baue auch. Torben, ich löse dich ab, wenn du... Ja, ja, ich hab 40 Blöcke noch. Ich spar wieder auf den Bogen, ne? Jo. So. Tu das. Ach ja, stimmt. Dann haben wir die auch mal aufgenommen. Ja. Ja, ähm, Folge 1. Äh... Safe mit dem... Ich hoffe, der erhört meinen Herzenswunsch. Ich kann mir schon einen Bogen holen. Ich kann mir schon einen Bogen holen. Wir sind okay. Ich weiß, der Ein-Team ist schon in der Mitte. Wir haben einen Bogen, Alter. Komm, Torben. Ja, ich wollte gucken, wie weit ich davon entfernt bin. Ich sag dir schon, wenn du da bist. Sind... ...4 Blöcken da. 5. Los. Ja, Lord Flocker. Jawoll, Lord Flocker. Du machst das. Bist ein richtiger, flockiger Typ. Nein. Battle den mal weg hier. Oh. Äh, Jungs. Ich spare noch nicht. Ich spare... Ich hole mir kein Eisen. Boah, mit der Hand gesnackt. Ja, okay. Oh. 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 Aua, ich bin tot. Das fand ich... Dann komm her. Dann holst du dir jetzt einen Bogen. Ähm. Nein, ich möchte ein Schwert. Bitte. Ich will in den Nahkampf. Jetzt können wir gut in den Nahkampf gehen. Nice. Nice. Go. Da geht's gerade übel ab. Ja, ich weiß. Da wollen wir hin. Ha. Nein, ich bin tot. Oh, Flo. Das... Das ist typisch Flo. Nee, das ist typisch Flo. So, äh... Nahrung brauche ich. Ein Biskut Steak hier. Nehmen wir mal... Äh... Sieben Stück mit erstmal. Weil den Rest gebe ich dann für... Tom, soll ich dir auch ein Schwertlevel eintragen? Äh, nee, habe ich. Ich brauche... Wow. Okay, äh... Fuck, ich bin dumm. Ich... Safe das... Bett. So. Okay, ich habe mich in der Mitte so eingebaut quasi. Ich komme, ich helfe dir. Ja, äh... Nö, ist schon okay, wenn du mir... Ja, trotzdem, darf ich doch helfen, oder? Ja, ja. Danke. Okay, ich mache das. Bist du oben? Ja, ich bin oben. Gut. Ich bleibe unten. Oh, der hat schon... Alter, Lord Flocke, das ist ein ganz schöner Allrounder. Will der mich verarschen, der hat eine Kiste hingebaut. Och, der will... Äh, Grün probiert zu kommen. Ja, aber ich verteidige gerade... Der Leiter. Blau ist da. Ja, aber danach auch noch mehr. Danach noch mehr safen. Ey, die Kiste, die kriege ich nicht. Ja, das dauert ewig. Wenn man auch... Ich wurde vom Bogen runtergeschossen, Tobi, von der Seite. Ja, habe ich dir doch gesagt, dass Grün kommt. Ja, woher soll ich denn wissen, dass die da... Ich dachte, die kommt. Ist doch nicht schlimm. Ja, ist doch nicht schlimm. Ist doch egal, ich habe fünf Gold, Junge. Was willst du mehr? Ich stehe jetzt... Ja, hier sind auch noch mal fünf Gold drin, ne? Ich kann mir einen Bogen gönnen. Ah, ne, ich will mir lieber ein Eisenschwert gönnen. Äh, passt, bitte auf. Ach, das ist Lord Flocke. Der Lordi. Ich bin oben beim Gold. Das ist unser Lord. Ich habe keine Ahnung, wie das verschrieben wird. So. Los, Lord Flocke, kämpf gegen alle. Das schafft der Flocke. Das ist ein richtiger... Das ist ein richtiger Barbo, ist das. Alter, das ist voll der PvP-Barbo. Das ist krass. Äh, okay, der musste sich zurückziehen, offenbar. Kein Ding. Das ist der Flocke. Der macht das trotzdem. Auch wenn der sich zurückzieht. Das sieht in Wirklichkeit nur so aus, als würde er sich zurückziehen. Ist egal. Der rennt gerade nur zurück, weil er einen Plan hat, wie er die Gegner alle besiegen kann. Ich sag's dir, das ist so. So, ich bin equipped. Äh, ja. Für die Battle. Spitzhacke geht klar. Blau mit... Bring in komm ich nicht. So. Äh, blau hat einen guten, die bauen dann einen übelst breiten Weg. Und ich hab neun Gold. Oh, in der Mitte... In der Mitte ist ein blauer, äh, ein grüner unten, ne? Den machst du platt. Ja, ja, lass ihn ruhig. Okay. Der haut sich hoch, lass ihn, lass ihn. Ja, ich, äh, kümmere mich. Okay, der ist... Du lieber die anderen. Der fällt von alleine runter. Hi. Ja, lass ihn, lass ihn. Frieden. Äh, kümmere dich da... Hä, wer schießt denn? Ach, der. Ja, ich hab keinen Bogen, ich kann den nicht machen. Oh, okay. Ja, ich, äh... Ja, oder kill den da mal und hol mir ne Spitz... Äh, bring mir... Ja, ich... Ich bring dir grad ne Spitzhacke. Äh, ja, dann solltest du da auf den einen aufpassen. Ja, ja, der kann mich immer. Ja, ich weiß. Der hat nichts. Okay, das leckt da nicht. Okay, ich sag dir, wenn irgendwer anders kommt. Hä, wie kommt man denn hier rein, Alter? Ich glaub, ich geb dir gleich auch nen Level 1er Bogen, dann hol ich mir den Bogen. Na, ist ja okay, oder? Ich mach mal mit Gold hier nach. Äh, blau, 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 blau. Autsch. In die Mitte. In die Mitte. Also, wir safen das hier schon, ne? Wenn Torben fällt, dann... Ja, ich hab ein halbes Herz. Los, Torben. Fuck, die kommen ja. Ja, na, lauf weg, lauf weg, rin, 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 rin. Die werden mich mit dem Bogen absnipern. Ich brauch Deckung, wer auch immer da ist, ist. Das ist bestimmt der... Flocke. Ja, Flocke. Okay. Die bauen sich ja hoch. Did it. So, ist hier genug? Ja, ich kann mir ein Level 1er holen. Ja, nice. Äh, da liegt ja viel... Ja, ich weiß, deswegen kann ich mir ein 1er holen. So, gut. Flo, für... Nein, die kriegen mich hier oben. Ich brauch Hilfe. Ja, ich bin weit weg. Okay, naja. Oh, Lord Flocke, du bist in den Abgrund gefallen. Oh. Nee, er wurde runtergeschossen. Warte, ich helfe dir, Tobi. Das ist gar kein Ding. Ein... Ein... Nein! Leute, Leute, Concentration, Concentration. So, Eisen haben wir auf jeden Fall genug. Okay, der eine fliegt jetzt vor mir. Fuck. Pass auf, jetzt ein bisschen, ähm... Flo, ich def jetzt mit dir erstmal ein bisschen. Nein, nein. Okay. Nein, ich hab 19 geholfen. Ich brauche eine Spitzerkund. Komm zurück! Ja. Wie denn, ohne Spitzerkund mit einem blauen, mit einem Eisenschwert hier vorne. Ich helfe dir, ich komme. Ja, ich muss erst ein bisschen Rüstung anziehen und so, ne? Ja, ja, mach das. Ich hab... Solange du dich da ein bisschen defen kannst, falls der mal hochkommt, läuft das. Bronze, gib mal her, ich brauche Essen. Nicht für Eisen, da kriegt man nur Kru. Die kommen hoch? Zu uns? Nee, die kommen zu mir. Ja, Lord Flocke ist auf dem Weg. Ich glaube, zu mir. Lord Flocke ist auf dem Weg. Er wird dich retten. Wenn man sich gefördert, bitte, Alter. Hier sind noch 23 Eisen. Spitzhacke, Spitzhacke. Das ist geil. Mach weiter so. Also, ich baue da alles... Hi, Lord Flocke! Später kommen noch Kisten auf die Dings. Der Blaue ist bei uns jetzt auf dem Weg. Oh, ähm... Aber ich hab ihn in die Schlucht geschlagen schon. In die Schlucht geschlagen? Nein, in die Flucht geschlagen. Alter, wir liefern heute den Volldarmittel. Alter, ich baue den hier die ganze Zeit zu und der baut mich auf. Ich brauche Hilfe. Ihr müsst mal zu zweit oder so hier rushen. Ja, ich... Da sind 10 Leute. Da oben. Ich seh den. Ich hab den abgeschossen, Tobi. Nice. Wo ist der gerade? Der ist direkt unter der Kuppel. Jetzt bewegt er sich. Jetzt seh ich ihn nicht mehr. Oh. Okay, jetzt rushe ich. Der hat richtig gut Schaden bekommen. Ja, ich weiß nicht. Ich hab ihn auch noch mal getroffen. Ich hab 120 gehalten. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Dann schnell frei oder so. Jawohl, der ist tot. Einer ist tot. Dann bau mich hier schnell frei. Schnell. Ja, ich weiß nicht, ob das der war, der da oben gekämmt hat. Nee, da ist noch einer. Vorsicht. Also, der sieht dich nicht. Nee, andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Genau gegenüber. Genau gegenüber. Bau dich da hoch. Ja, aber da schießen die auch mit dem Bogen, ne? Nein. Fuck. Niete. Lord Flocke, bitte. Du bist meine Rettung. Danke, Lord Flocke. Ich liebe dich. Nice. Ich komm mit dem zurück. Wir holen uns den. Lord Flocke und ich. Das Dream Team forever. Wie sagt man, wenn er tot ist? Lord Flocke und ich sind da, Tobi. Brauchst du dir keine Sorgen machen. Ja, der ist hier aber noch unterm. Oh, Lord Flocke erschreckt mich doch nicht so, ey. Der ist direkt unter mir. Ja, den hole ich. Ey, du hast auch irgendwas von dem Lord Flocke gefressen. Nein, er hat mich schon wieder gesehen. Dieser kleine Ohrensohn. Da, Lord Flocke kommt jetzt. Ja, den hole ich jetzt mit dem Bogen. Lord Flocke und ich. Ah, ich weiß, wo der sich versteckt. Alles klar. Warte. Warte, ich baue hier jetzt auch ab und probiere einfach irgendwie da runter zu springen und zu fliehen. Also, wer unser Bett anheben will, also ab und probieren will, den wünsche ich. Komm, Tobi. Komm, schnell nach gelb. Ja, wie denn? Wo bist denn du? Komm hier nicht weg. Wo bist du? Ich bin jetzt wieder hoch. Ich habe mich wieder hochgebaut. Okay, ich versuche hochzukommen. Der hätte mich beinahe töten können. Da ist er, 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 da ist er. Lord Flocke, Hilfe. Lord Flocke, Lord Flocke. Come on. Need your help. Hier ist der Grüne. Irgendwo. Der, der ist wieder hier oben. Der ist wieder oben. Okay. Ihr baut das einfach unter dem Weg. Das ist, das ist eine gute Idee. Danke. Da kommt er, da kommt er. Oh, er hat mich. Ich brauche auch ein bisschen Hilfe. Ja, ich kann ja nichts machen. Okay, springe ich jetzt tot. Ja, ich bin auch hier. Nein, nicht. Ich, ich hole mir den. Nein, ich bin tot. Das gibt es nicht, Tobi. Was tust du? Ja, ich habe doch gesagt, ich komme. Ja, ne, da hatte ich auch keine Lust mehr drauf zu verahnten. Sorry. Ich frage mir jetzt, äh, nö. Ja, jetzt hat Lock. Hey, wie, wie, wie inkompetent wart ihr denn? Hä, wie, wie inkompetent? Ja, der kommt runter, schlägt mich. Ich kriege keine Hilfe von Lord Flocke. Was soll ich machen? Ich habe noch nicht mal voll gereckt. Da hast du mich schon wieder gerufen. Äh, ne, du hättest einfach die Blöcke unter dem abbauen können. Äh, ja, das Problem ist, da musst du erst mal hinkommen, ne? Das habe ich dann gerade versucht. Und dann kam der wieder aus seinem Versteck raus und hat mich runtergeschlagen. Achso, ja, gut. Dieser kleine Huren, John. Ähm, was brauche ich? Ich brauche... Habe Essen. Blöcke brauche ich. Ah, ich brauche noch ein Gold. Hat wer noch gerade ein Gold? Ja, ich. Ey, will ihr jemand noch sehen, wie das Bett geschützt ist? Ah, nein, gib mir mal bitte vier. Es leckt. Es leckt. Alarmstufe rot. Gib mir mal bitte vier. Ja. Gib mir mal bitte vier. Ja, das sieht gut aus. Gib mir mal bitte vier Gold nochmal. Wo ist das ganze Eisen hin? Ey, ich habe noch... Ich habe das hier. Ach Gott, ich habe mich schon entgelegt. Danke. Ah, ich kann mir einen Bogen plus... So. Plus so. Plus schwer. Dann kann ich mich nämlich auch mal gegen solche... Flo, kannst du Spitzhacken... Ah, ne, hier ist ja ganz viel. Fucking Sheet. Ich gucke mir... Och, mein, jetzt habe ich wieder einen ganzen Silbertafel Spitzhacken gemacht. Genius Torben, Alter. Einmal kurz oben vorbeigucken. Flo, am Ende auch noch eine auf die Leiter drauf, ne? Ja, ja, glaube ich... Und hier die Dinger zumachen. Hier. Kriegst nochmal. Ich habe einen Schnelligkeitstank besorgt, ne? Da. Okay, dann lass uns die Mitte mal wieder für uns gewinnen. Ja. Äh, Flo, geh du nach oben. Hä, ich bin doch da. Hä, wir sind zu dritt, Mann. Ich baue hier... Wir sind zu dritt mit dem Lord Flocki. Den hole ich mir da. Okay. Nice, Tobi. Ey, komm, ich gehe rüber, okay? Ja, komm, wir beide, oder? Nein, nein, nein. Oh, Junge, doch, das ist doch viel besser. Wir müssen beide. Nein. Du baust das Bett ab und ich schnetzel die da hinten. Ja, okay, dann komm. Die haben hier abgebaut. Okay, fuck. Komm, komm zurück! Hast du's? Gut. Hui, 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 ich hab Blöcke, aber die haben anscheinend auch ein paar gut... Hä, warum können die sich denn so eine Bicke gar nahe zu leisten, ey? Oh, na, witzig. Oh, hat mega geil gebaut. Also, vom Aussehen her. Und auch so von der Taktik, aber die haben keine Chance gegen mich. Oh, mein Gott. Du musst noch mal auf den Gold gucken, ne? Tu das. Hey, da ist ein Grün nach oben. What? What? Fuck, mein Eisenschwert. Ach, der! Schnell töten! Ja, der, der! Oh Gott, komm! Nein! Nur auf den, nur auf den! Nein! Das kann nicht sein! Ich mach den! Ja! Ja, er ist tot! Torben, komm! Er ist tot, er ist tot. Renn, renn, renn. Nice, alter Torben, bester Mann. Hui, gut. Alter, diese... Grün, blau, ne? Okay, pass auf. Ähm... Ich baue mich einmal, äh, in die Mitte hoch. Ne, grün konnte. Ich weiß nicht, was grün jetzt fahrt. Ja, keine Ahnung. Die haben gerade so ziemlich viel Gold verloren. So viel kann ich sagen. Ja, aber nicht so viel wie ich. Ja, das stimmt. Ach, das war schade. Aber egal, ich hatte ihn. Wieder einen getötet! Höhöhö. Ah, hier liegen nochmal zwei Gold. Hier liegen nochmal zwei, okay. Mal vertorben, hast du gerade Crash gestartet? Nein, das war mein Bruder. Dass man das gehört hat, ist krass. Äh... Wer schießt ihn? Ja, grün. Nein, blau. Grün. Blau. Was ist mit... Blau? Äh, ja, rot ist schon draußen. Rot ist draußen, ich geh einmal zu rot. Ähm, okay. Wenn Lord Flocke mir hierbei blau... Alter, die bauen sich richtig gut lang, die Blauen. Ich muss sagen, Respekt an die Taktik. Ja, das stimmt. Ne... Boah, Alter. Äh, ich will ja nicht sagen, 46 Gold. What the fuck? Gravy. Oh, wie geil ist das denn? Ich hol mir jetzt erstmal den besten Bogen. Ey, ich habe auch eine Gravy. Wenn ich ein Gold habe, kann ich noch schon den besten Bogen kaufen. So, Bogen Level 3. Ja, und hol eine Gravy. Die brauchen wir hier für blau. Direkt schon? Ja, die brauchen wir. Die ist wichtig. Spezial. Eine Gravitation. Nein, ich habe mir 35 TNT gekauft. Nein, hast du nicht. Nein. Ich bin so biener. Hat der nicht, Flo. Doch, sonst würde der nicht so eine Zahl sagen. Doch. Nein, ich hatte 35 Gold noch übrig. Rechne doch mal. 13. Kostet der beste Bogen. Hat der nicht. Ja, ich weiß. Aber ich hatte wirklich nur noch 35. Und ich hätte bei einer auf TNT geklickt. Wenn ich jetzt runterfalle, dann sind wir so am Arsch. Ja, Gott sei Dank tust du es nicht. So, wenn wir mit einer Gravy können wir hier die ganze schöne Festung dauern. Der macht sich so viel Arbeit da unten. Okay, Torben, musst du dich treffen? Ja. Ich muss dich abbauen, sonst fliegt die wieder. Oh. Die war gut. Die war gut. Komm schon. Ja, die ist da unten drin. Jawohl. Scheiße. Beine runtergefallen. Rüber, rüber, rüber. Ja, okay, komm. Bin direkt hinter dir. Nein, du bleibst hinten. Wir sind zu... Nein, ja, in die Mitte meine ich jetzt. Ich bin jetzt voll lokal. Alter, die schießen hier unten da rein. Ist schon ein Team ausgestattet? Ja, rot. Ich hab den oben. Ich hab den oben runtergefallen. Ist so gut wie tot. Ich hab den Bogen. Baut dich, baut dich. Ich steck dich. Ich hab den Bogen. Vorsicht. Da schießt einer. Autsch, der lässt mich ganz schön kassieren. Nein, nicht alle rüber. Flo, du musst die Mitte gegen Grün treffen. Grün kommt, Flo. Wo ist denn Grün? Ach, da. Lauf, 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 lauf. Du bist gleich da. Okay, da. Ich bin hier oben. Okay, rein. Da, hier um die Ecke. Tod. Tod. Hoch, 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 hoch. Hoch, hoch, hoch. Ich mach den hier. Wichser, Wichser. Nicht an deine Endertruhe gehen. Hier gibt's Endertruhen. Tobi. Hab ihn, hab ihn. In der Mitte. In der Mitte kommt ein Blauer. Tobi, pass auf. Da kommt einer hoch. Ich hol den. Null Problem. Hab das Bett gleich. Nice, nice, nice. Ja, komm. Jawohl. Zerstören, zerstören. Tobi, Hilfe. Tod, einer. Hier, hier, hier ist einer lang gerannt. Okay, ich geh von der anderen Seite. Ich geh von der anderen Seite. Okay, den holen wir uns. Gar kein Problem. Da, hab ihn, hab ihn. Okay. Alter, vor allem, selbst wenn einer von denen durchkommen würde, der bräuchte ja, um das Bett zerstören. Ja, wir wollen uns erst gar nicht, äh, ne? Lol, wieso hab ich hier was in meiner Endertruhe? Lol, ich auch. Schick. Lassen wir mal da drin. So, nochmal ein bisschen. Ich tu mal hier Sachen in die Endertruhe, ne? So Gold und so. Ja, ja. Ja, mal eben drei Stecks Eisen. Okay, da bauen... Also die Grünen müssten sich jetzt farbrikadieren. Farbrikadieren. Äh, das ist gar kein Problem jetzt, Grün, Tobi. Komm, die machen wir jetzt direkt noch hinterher. Ey, die haben hier nur so ein unge... Ja, ich weiß, und da ist gerade einer runtergefallen. Ja, der Purs versucht mir auszuweichen und ist einfach... Ich hol mir wieder eine Gravy. Gut. Das hat gut funktioniert. Obwohl, hier brauchst du eigentlich gar keine Gravy. Ja. Egal, jetzt hab ich noch einer. Wie viele skypen? Drei? Ähm, nö. Keiner. Höhöhöhöhöh. Ja. Guck dir das kreuzvoll an, drei Pfeile einfach. Gott, zack. Da, äh, links. Links. Schon getroffen? Aua, jetzt haben die mich getroffen. Ich nicht zocker. Ja, ja, ja. No friends. Komm, 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 bitte. Boah, Alter, wie ich die gerade... Wie wir die gerade bombardieren, Tobi. Da musst du ja angucken, Alter. Der ist so krass. Guck dir das an. Okay, lass mich. Geh weg, geh weg. Geh weg, oder Flo? Okay, jetzt kommt die Gravy. Pass auf. Okay, ich hab hier schon mal offen gemacht. Boah, die war wieder geil. Die war wieder geil. Okay, äh... Pass auf, der explodiert jetzt alles. Oh, jetzt los. Los. Okay. Flo, pass auf. Lauf, lauf. 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 Ich... 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 Keiner runterfallen. Zurück. Hab ich ja mal einen mitgenommen. Bin tot. Zurück. Zurück, zurück, zurück. Oh, kacke. Da wurden ein paar von uns... Das war keine gute Taktik, weil da natürlich alles offen war. Ender-Test. Flo, den machen wir. Jawoll. So, wie kommst du schnell? Ender-Test. Für uns Ender-Test hätten wir auch... Ja, baust schnell. Pass auf, wie machen wir das? Wie holen wir uns die? Flo, komm, will ich rück vor? Ich hol Blöcke. Nein, 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 nein. Ich hab Blöcke. Ja, nice. Dann gib mir die mal. Oh, jetzt hab ich die weg. Ach, ja. Pass auf. Oh, viele? Ja, gib her. Alles. Ich hab die in die Teamkiste von den anderen getan. Das ganze Gold. Dann hol dir das. Geh mal zurück. Ja. Okay, def mich. Ich geh da hin, ne? Und snack mal Sachen. Hm, hm, hm. Ja, ich brauch mal bei nem Pfeil am besten. Wie schafft das da noch? Wie alt? Boah. Das war knapp, muss ich sagen. Äh, 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 älter. Schreib mal 40. Nein. Wollen die auf unserem YouTube-Channel gucken? Dann die wissen. Ja, ja. Guck auf'm Channel. Huch, jetzt würd ich auch mal errichtet. Musst du richtig fett Werbung machen? Ich bin bei Rot und snack mir da nochmal das ganze Gold. Tu das. Ja, ihr sollt euch mal ausrüsten und dann einfach kommen. Nochmal vielleicht, nee, Gravi nicht mehr. Nee, nee, nee. Nein, wir holen uns Enderpearl. Ja, stimmt. Das stimmt. Wie heißt das? Warte, schreib einfach einen Link. Slash. Korps-A-P-P. Äh, schreib doch einen Link. Du kannst keine Werbung machen. Hä, ach so. Bester Bogen. Danke. Mein Gott. Ah, Lord Flock ist schon wieder da. Sehr gut. Ähm. Wir brauchen ein bisschen Hilfe. Ich hab's ihm das mal geschrieben. Stell dir vor, du hättest uns das jetzt einfach. Ein Bart von hier ist der. Ich rück vor, Kolleginnen und Kollegen. Nein, wir. Warte einfach. Einfach nein, Torben. Wir brauchen Unterstützung. Äh, wir wollen uns gleich mit. Ah, da kommt einer. Okay. Weiter, Deffen, weiter, Deffen. Einfach nein, Torben. So, eine Perle haben wir. Hä, warum denn nicht? Ist doch kein Ding. Dann lief sich einer mit der Perle rüber und die anderen kommen von hier. Nein, alle werfen sich rüber. Ja. Äh, wir kommen schon ziemlich weit vor, ne? Oh, Torben, genau in meine Schutzplan setzt du den Weg. Sorry. Ist aber lustiger mit einer Perle, oder? Ja. Alle einfach... Ich hab auch schon dem Lord Flocke geschrieben, dass wir das machen. Ja, also ich... So, okay, bleibt da stehen. Haltet da einfach die Stellung. Flo, schreib das nochmal. Ja, das... Wie, ich baue, wenn, dann baue ich hier nach vorne. Ich hab das Kommando. Wir halten die Stellung. Ja, voll. Ich bin fast tot. Ich hab den einfach hier getroffen. Äh, den einen... Ne, das war ich. Oder hast du auch... Ja, äh, kann sein. Alter, mein Ohr geht schon. Ach so. Ich bin einfach so vorbeigelaufen, so im Vorbeigelaufen. Oh. Oh. Ich dachte jetzt schon, du wärst tot, Torben. Nö. Ja. Ne, hä, hier sind noch 5 Gold drin. Nein. Ne, Team Kiss Blue. Hä? Ich verstehe das. Flo, ich... Sobald einer den Kopf rausstreckt, kriegt er direkt einen Pfeil auf. Ich hab genau die richtige, äh, Distanz. Also, Einstellung, ne? Ich mach mal 2 in der Perlen. Es reicht nur für 3. Mama, könnt ihr bitte die Tür zumachen, wenn ihr so laut redet? Hallo, Mama. Mom. Mama. Boah, nervt das, ey. Tschüss. Ich mach eben die Tür zum. Ich versuche auch noch mal 4 Tür zu holen. Ey, warum hören die mich denn nicht? Ich hör die, wenn die da sich unterhalten und die hören mich, wenn die schreie. Nur 3 Perlen. Ey, die kommen, die kommen, die kommen. Ich geh... Die kommen. Einer ist hier direkt vor. Ich bin so gut wie tot. Okay, der ist tot. Ey, Torben, komm zurück. Nein, kein Ding. Doch, ich geb ihm ne Perle, komm jetzt. Ach so. Komm. Und wenn die dann drin sind, also ab, wenn ihr drein seid und die ablenkt, dann geht dort locker eine, ne? Komm mit. Bekommst ne Perle. Auf 3... Ey, rechts, rechts, rechts. Den müssen wir ein bisschen sprechen. Ja, wir werfen auf 3, Torben. Wartet, wartet eben. So, okay. Ich mach Counter. Okay, jetzt, ja, beginn. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Jetzt. Drüber. Rüber. Voll der Stummkommando. Rein! Rein, 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 rein. Ah, die Schlodo hält die Stellung. Ich geh nach oben, ich geh nach oben. Wir haben dann einen Endertest. Äh, ihr müsst die einfach nur von mir fernhalten. Ja, ja, ich komm jetzt auch. Du gehst nicht an deine Chess. Da will einer hoch. So. Ja, sonst will... Oh, hier ist ein gut ausgerüsteter, Leute, Hilfe! Hilfe, 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 gut ausgerüsteter. Komm, Flo, komm, Flo. Den holen wir. Okay, er ist tot. Aber alle, nicht alle. Er ist tot. Ja, okay, komm schon. Ja, ich hab die, äh, Chess down. Chess is down, also ich bin durch. Ich bin direkt hinter dir. Nein, geh runter, du Idiot. Ja, die Schafsler, die sind alle tot, also haben keine Rüstung. Ja, aber irgendwann... Da! So, bin durch. Soll ich aufbauen? Ja, klar, mach. Okay, down. Down, und nur noch R. Yay, Leute, das war wieder eine coole Runde. Diesmal nur halb so lang, aber trotzdem mega krass. Und ich hoffe, euch gefällt es auch wieder so wie mir. Dann gebt einen Daumen nach hoch. Und ja, bis dahin. Ciao! Ciao! Vielen Dank.